Na dann wollen wir weitermachen beim Streifzug durch Hongkong mit Wei Nachdem wir letztes Mal ja bei der Hochzeit ein bisschen äh ja nehmen wir es mal unser Karma komplett versaut haben würde ich mal sagen wir gehen es heute mal ein bisschen ruhiger an so was haben wir hier die Jahresstandshutby Modetipp möchte ich nicht drogen Razzia möchte ich auch nicht ja dann machen wir mal die Polizeimission was bleibt uns wohl anderes übrig achso mal so nebenbei wie findet ihr eigentlich die neue naja sag ich mal Zwangskommentarfunktion von YouTube also mich bricht sie ein wenig an ich meine ich bin davon nicht betroffen ich hatte sowieso schon ein Google Plus Konto muss man ja haben aber ich finde es für die anderen die einfach nur einen Kommentar schmeißen wollen auf die Videos von irgendwelchen Leuten ist egal wen ein bisschen unfair ich muss nicht unbedingt ein soziales Netzwerk haben um einen Kommentar zu schmeißen denn dann nehme ich das halt also ich finde es ein bisschen fies von YouTube und selbst der Gründer hat ja schon seine Kommentare dazugegeben und damit hat er ja auch komplett recht oh ich muss hier rein ne doch nicht ich muss haten rum äh hier oder was ja doch ja könnt ihr mal in die Kommentare schreiben zwangsläufig und mal sagen wie ihr was ihr davon haltet äh äh ja ich muss wahrscheinlich den nehmen weil mit dem anderen das wird ein bisschen aber gar nicht wie es so viel ist meine Kopfhörerung wird lauter irgendwann wird äh mit dem anderen werde ich wahrscheinlich keine Chance haben so ich hoffe ich schaffe es mit dem Korn hier würde mich ein bisschen anbrechen aber wir können ja wegrempeln wir können ja zack machen so zieh mal in den Kreis ja da ist er schon erster erster ist er so schnell schnell äh rum oh ja Rennen vor ich hoffe danach ist es mit dem Rennen vorbei weil das ist ein bisschen sinnlos erinnert mich auch ein bisschen an GTA 3 da war ja damals auch zumindest im ersten Spiel bei einem anderen weißt ich gerade nicht aus dem Kopf da war ja auch noch so ein Street Race was man da ablegen müsste boah wo ist der Kunde jetzt hinter mir war doch irgendwo ein Kunde genau der den meinte ich doch den Vogel da müssen wir gleich geschafft haben wir haben auch 54% ja ok das geht das geht das geht immer hinten gehoben ja noch sieht es gut aus so tritt drauf jungen tritt drauf wehe wehe hand bleiben sie hinten gucken alles sauber los komm schon nicht auf den letzten Meter hier nicht auf den letzten Metern boah scheiß Taxi ja geht doch das geht doch natürlich beim illegalen Straßenverkehr immer Kopf-Erfahrung ja ey ich wollte gerade losfahren aber bist auch losgefahren also beschwere dich bitte nicht so ja der Stadt oder nee die erstmal noch nicht erstmal zur Hochzeit oh wie schön da ist doch bestimmt ein Attentat Winston wird erledigt also keine Ahnung ob das stimmt die werden es aber gleich sehen möglich wäre es oh 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 übrigens für die Viewer von äh Sleeping Dogs oder allgemein von meinen Viewern die die den Stream geguckt haben ja äh tut mir leid für die Auflösung beziehungsweise das ruckeln ich fummel zur Zeit noch extrem rum äh dass ich einen sauberen Stream zum Laufen kriege und Battlefield 4 ist wahrscheinlich ein wenig zu hochkarätig dafür bei 6000er Leitung da wird es sehr kritisch da ist glaube ich schon Ende Gelände deswegen versuche ich zur Zeit äh ein paar Geld zu finden oh Entschuldigung äh die da vielleicht eher funktionieren so ich mache den Mittelstreifen leer kann ja nicht sehen dass hier alles blockiert ist also bitte so oh 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 gut ah der Bock ist wahrscheinlich schon ganz schön am Ende na wir fahren wir fahren wir fahren zur Hochzeit komm schon das schaffst du noch oh kann ich sehen die eine Kacklaterne hier im Weg und ich kann sie nicht wegrucken man 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 schade schade oh 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 das war also wenn ich da bin ich denke ich mal da geht der Korn in die Luft das habe ich doch so ein bisschen im Urin geht mal bitte weg danke ich musste da durch Jungs könnt doch nicht einfach einen Weg stehen wenn ich hier rumfahre na los komm ich fahre ein paar Sekunden los mir fehlen noch was mit dem Korn hier ein Smoking abholen äh mein oder was naja ist egal zum Bankettsaal fahren aber natürlich vor allem mit dem Auto hier das macht bestimmt sehr guten Eindruck wenn wir da auflaufen und ich mach's immer noch schlimmer weil ich immer noch wieder mal auf der rechten Spur fahre ich muss mir das doch irgendwann mal merken ich könnte wenn ich das Spiel beende dann schnall ich das oder wenn ich GTA 5 Spiel dann merke ich oh äh falsche Spur so hier äh der Wagen den könnt ihr mal irgendwo hinstellen Parkservice und so ja die Mutter die Mutter sieht natürlich wieder absolut Bumsfidee aus alle machen sich hübsch und die Mutter kommt mit der besten Küchenkleide wenn du das sagst oh Uncle Paul welcome my guest Ivana I'm happy to be here it's nice to see someone who wants to be a good family man not enough of that nowadays hi you look absolutely lovely my dear thank you almost as lovely as your mother oh and this is too I expect the food to be wait fantastic I got a case of the chairman's favorite wine in my car I forgot to bring it in do you mind grabbing it and making sure they know what's for him I'm gonna make sure he gets inside ok yeah sure thing Winston you gotta enjoy your day ok where do you park ah right there I'm going I'm going just bring it into the kitchen ah das ist doch kein gutes Zeichen shit ich wusste es du sagst es los junge lauf wo ey lauf dich wie so ein einer mit einem Stock im Arsch oh shit die Assassin's Creed junge hauptsache ich hier in der Ecke und dann spring ich erstmal drüber oh ey ey das ist doch komm hier genau und hier hoch hoch los ring ja lauf doch mal lauf 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 junge oh Gott lass die Frau in Ruhe mein Junge ey Kunde Frauenschlang ist feiger kann ja wohl nicht angehen hier kriegt alle einen auf den Deckel oh ey geht doch kann ich hier irgendwen irgendwo hin ja genau so machen wir das hier und dich nehme ich auch noch das gleiche komm schon komm hoch hier kommst du drüber mein Freund das muss weh tun hier drüber du genauso mein Freund du genauso ihr habt ja kleinen Frau einfach mal das weh tun das tut nicht gut so wo noch ach der Kunde da unten noch wahrscheinlich oder wie das kann doch wirklich wahr sein hier komm schon ich will die Knarre haben äh das Messer haben ich will das Messer oh shit shit Junge der ganze weiße Anzug im Arsch komm du hier oh ey das kann doch wirklich wahr sein ich habe doch Konter gedrückt shit also ich schaffe glaube ich nie eine Schlägerei einfach mal beim ersten Mal ey das kann doch wohl nicht wahr sein komm schon hier zack wo ist der Nächste schmeiß die doch einfach mal drüber Junge so sollst du es machen genau so und du auch das muss wehtun los hier holt nochmal ihr Säcke so damit hättest du nicht gerechnet war du Lutscher komm schon in die Eier Armbruch oh shit kommt mir Messer Messer jetzt aber jetzt hack ich dich zu Hackfleisch genau so genau so macht das Spaß Winston wo ist Winston wo ist Winston im Ballseil wahrscheinlich oh hier Junge versteck dich ja jetzt geht's los die Ballerei Lutscher Schuss boah was machst du denn hier weg so ich brauche noch Muni ich brauche Muni ich brauche Muni ich brauche Muni ich brauche noch ein bisschen Muni hier noch was noch was ne ist voll schade Winston Alter was es geht seine Frau tot scheiße scheiße Peggy was geh Peggy raus von hier Cheek sie nicht das winston winston fuck oh shit Peggy oh hier kommt schon ihr Säcke weg in deinen Fuß Junge und in die Eier hier ich will das hier haben ich will das hier haben so sieht das doch schön aus ich mache euch alle kalt gehe ich jetzt falsch ich gehe wahrscheinlich falsch aber gleich nochmal von hier an ah klappt nicht scheiße oder muss ich hoch ja ich muss hoch wie komme ich da rein wie komme ich denn da rein man wie komme ich denn da rein ach so hier rum stimmt die sind ja von hier gekommen so wo sind sie wo sind sie ich kriege euch alle oh shit dann geht und dann geht hoch vor allem oh los komm Junge ich schieße ihn trotzdem noch im Nacken lade nach Junge lade nach lade nach nur noch da hinten wo ist denn der wo ist denn der da bringt er nicht da hinten versteck Junge geht zur Treppe geht zur Treppe geht zur Treppe geht zur Treppe welche Treppe los hüpft drüber boah spring drüber hast du hast du Muni auf ihn um ja hast du los Junge lauf lauf jeden Gegenschein nimmt die auch mit wohin dahinter los und nach unten sterb jörg sterb wo bist du wo seid ihr alle da hinten ist noch einer irgendwo hier Küche wahrscheinlich oh also der ganze Anzug ist wenn der lean war der kriegt die doch niemals wieder eine Säuber oder umgetauscht unge unge wo ist unge po macht doch nicht alles kaputt was haben die für Waffen gegen Börse tauschen was ist denn das ja das nehmt lieber und jetzt ach so hier hinten ich guck mal doch schnell ob ich hier noch welche Munition finde so wie das hier lad nach hast du alles klar so weiter oh gott alles tot und jetzt